Guten Morgen meine kleinen Mandel-Krokant-Hörnchen, ich erzähle euch jetzt eine ganz kurze Geschichte oder macht ihr einfach wirklich alle mit. Also ich war 2013 auf dem Festival Musikschutzgebiet in Hessen irgendwo und es war tierisch heiß tagsüber, aber nachts super kalt. Ich hatte natürlich wieder nichts mit, kein Zelt, kein gar nichts und musste tatsächlich draußen schlafen und ein langjähriger Freund von mir mit einer der witzigsten Menschen der Welt hat tatsächlich mit mir draußen auf ein Stück Pappe geschlafen, damit mir nicht kalt ist. Und für diese Aktion sage ich jetzt Danke. Sowas vergesse ich natürlich nie. Und der Gude, der hat eine Band und die haben heute einen neuen Song rausgebracht und die wissen das jetzt alles nicht. Und ich will jetzt, dass ihr da die Hölle loslasst. Ich möchte, dass ihr alle die Instagram-Seite von der Band abonniert. Das ist eine ganz kleine Band, die freuen sich ihres Lebens. Hier abonnieren und gleich folgt der Song. Hört da mal einfach rein. Das ist mein Danke an dich, Urte, dafür, dass du mir mit deiner Mettwurst-Figur damals wärmig schenkt hast in der Kälte. Hört alle rein, gebt alle Gas, das wäre wunderbar. We were young, my friend, before. 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 Stellt euch vor, der Song und die Jungs sind eure große Liebe Und was man nicht kennt, das kann man auch nicht beurteilen Also zieht euch das rein, ey, wir ziehen jetzt auch ein paar kleinere Bands mit hoch Denn die Grobsten da oben, die kennt ihr ja alle, aber die Kleinen nicht Und nach und nach stellen wir hier ein paar kleinere Bands jetzt vor Mama, du kennst Urte auch, ne? Und ob ich Urte kenne? Ja, das ist Urte Plan zur Zeit ein kleines Festival, ne? Ja Ein Sofa-Festival Ja Und da kommt die Band auch Richtig, ich kenne die Bands zwar nicht, aber ist egal Und ich habe mir überlegt, dass du mit Urte, mit der Band mal mitgehst als Tourmanager Da gehst du, ich werde nicht mehr auf der Band, auf Tourmanager Schreibt unter das neueste Bild der Band, Tourmanager Udo Nichts Tourmanager Udo, nein, das werde ich nicht unterschreiben Doch, da werden wir schön, da gehst du als Tourmanager mit, dann trittst du auch mal auf Ja, natürlich, ich tritt dich gleich woanders hin Haha, gute Laune Wir wünschen euch da draußen einen schönen Freitag, ne? Ja, das wünsche ich euch auch Wir wünschen wirklich einen schönen Freitag Entschuldigung für die ganzen Storys Ja Schreibt es schon unter die Kommentare Nein, nein, nein Tu memberscher Udo, gehst du mit Udo Rockstar, du wirst Nein, du wirst Rockstar Udo Nein, ich werde kein Rockstar, ich werde höchstens Valboa Und was steht heute an? G und S Grillen und simbeln Ist meine Sommeridee Wir beide fahren nächsten Sommer mit Wilder Live auf Festivaltour Bin dabei Wir buchen einen kompletten Festival-Sommer mit ihm durch, was es so in Deutschland geiles gibt. Und dann fahren wir mit. Und das nennen wir dann T&S. Tour und...